Guten Morgen meine Damen und Herren, willkommen bei uns an Bord. Im Namen von Flugtanzer Regional und Augsburg der Wallis, unser Motivkapitän Herrn Florian Schuder und der Besatzbesatzung begrüßen wir Sie recht herzlich hier auf dieser der Schacht 300 auf unser gemeinsamen Flug nach Hofblau. Mein Name ist Fabian Amann und ich bin heute für Ihre persönliche Sicherheit und den Serviceantworten zuständig. Die Flugzeit heute beträgt voraussichtlich ca. 40 Minuten. Und da wir nur in Kürze stattdessen sind, bitten wir Sie die Sitzgurte zu schließen, diese Bütter festzuziehen und die ganze Schifford in der Nacht umzuklappen. Und nachher bedürfen Sie auch darauf aufmerksam machen, dass alle Lugterzeitflüge nicht noch ein Flüge sind. Was hier bei uns an Bord ein eigenes elektronisches Gemüt benutzt möchten, so schalten Sie dieses bitte zu Start und Landung aus und nehmen Sie es dann wieder mit, wenn die Anschnallzeichen über in der Nalausche sind. Und da geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020